Die prominente Lady Glenconnor behauptete, der ehemalige Präsidentschaftskandidat John Kerry habe gesagt, dass die Amerikaner, sehr, sehr leid für Harry, hätten, als sie nach seiner Ehe gefragt wurden. Die Ansprüche einer ehemaligen Hofdame der jüngsten Schwester der verstorbenen Königin wurden in einer Erklärung des US-Außenministeriums offiziell widerlegt. Lady Anne Glenconnor, eine enge Freundin von Königin Elisabeth II. und Prinzessin Margaret, geriet in die Kritik, nachdem sie behauptet hatte, der ehemalige US-Außenminister John Kerry habe sich während der Krönung des Königs offen zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle geäußert. Lady Glenconnor behauptete, die US-Politikerin habe zugegeben, dass die Amerikaner, sehr, sehr traurig über Prinz Harry, seien, als sie ein Gespräch mit ihm begann. Auf dem Barnes-Book-Fest sagte sie, ich bin sehr traurig über Harry, denn bei der Krönung des Königs saß ich zufällig neben jemandem namens John Kerry, der für das Präsidentenamt kandidierte. Er wollte Präsident werden. Und er kam mit Frau Biden vorbei, weil er auf grüne Dinge steht, und wir saßen mit den Freunden des Königs und ich sagte zu ihm, was denkst du in Amerika über Harry und Meghan? Und er sagte nur, Harry tut uns allen sehr, sehr leid. Also ich denke, ich kann es einfach dabei belassen. Doch ein Sprecher des Außenministeriums wies die Behauptung zurück und bestand darauf, dass Kerry sich nicht zum Privatleben des Herzogs von Sussex und seiner Frau äußern werde. Sie bestanden darauf, dass Kerry sich an das angebliche Gespräch nicht erinnern könne und dass er nicht in öffentliche Diskussionen privater Natur verwickelt werde. In der Erklärung heißt es, jede Andeutung, dass Minister Kerry die Ehe kommentiert hätte, wäre falsch. Vielen Dank für's Zuschauen.